Äh, vier... Wir brauchen fünf, ne? Fünf, ja. Verdammt. Gunpowder haben wir halt leider auch noch nicht. Das können wir hier mal reinpacken. Ich weiß aber noch nicht, was das sein soll. Oder ist das hier... Ach, ich weiß schon. Das ist auch so eine Art Verkleidung, Schutz, wie auch immer. Bringt aber sonderlich wenig. Das ist das, was wir da eben an der Tankstelle zuhauf abgerissen haben. Müsste zumindest das sein. So, die packen wir hier mal rein. Wir können gleich nochmal eine neue Spitzhacke bauen. Playwood. Aus Playwood bauen wir Sticks. Zwar wieder mal alles, was geht. Und dann Reinforce Iron Club. So. Und ich meine, der geht dann so. Falsch gemeint. Also auf jeden Fall meine ich, müssen da Short Metal Pipes ran. Ey, da haben wir noch Reinforce Club. Iron Reinforce Club. Aber die Dinger will ich gar nicht benutzen. Nicht, wenn ich drum rumkomme. So. Habe ich jetzt noch das Eis in der Tasche? Ja, habe ich. Also müsste auch Pickaxe. Jawohl. Eine Pickaxe. Eine Schaufel. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Na, egal. So. Hier das Eisen wieder rein. Äh. Nein, hier ist Holz und so drin. Hier ist Stein und sowas drin. Machen wir mal hier erstmal das Konkret rein. So. Ach, den. Warte, Moment. Hier kommt der Quatsch rein. Also ich freue mich schon auf den Tag, an dem das Haus einstürzt und ich dann das Let's Play beende, weil ich dann tierisch angepisst... Entschuldigung, weil ich dann, glaube ich, tierisch angepisst sein werde. Hier packen wir mal die Nahrung rein, soweit wie wir sie nicht brauchen. Äh, ein bisschen was wollte ich ja... Achso, ja, hier. Ich habe ja mein Kornbrot. Den können wir auch mal hier lassen. Den lassen wir mal hier und das Sham lassen wir mal hier. Und den alten Hasen lassen wir auch mal hier. So, und dann würde ich sagen, erst den Suizidpunkt setzen. Ups. Und dann Suizidbeginn. Und dann holen wir hier hinten nochmal ein bisschen was weg. Dann holen wir uns hier nochmal was weg. Hahaha. So. Was brauchen wir denn wirklich drüben? Die Bücher können wir mitnehmen. Weil Bücher ist gleich Papier. Schadstick, Stick. Und das Wasser. Da habe ich mir gar nicht so interessante, wichtige Dinge hier gelassen. Nein. Pistolen. Oh, hier haben wir noch Magazine drin. Ach nee, die wollte ich ja auch drin lassen. Falls wir doch mal irgendwie... ...versterben sollten hier und hier gerade den Spawn gesetzt haben. Also theoretisch, nur theoretisch, dürfte drüben bei unserer Behausung jetzt das Haus eingefroren sein. Weil das ist ja schon so ein bisschen wie Minecraft mit Chunks und so weiter. Und da dürfte eigentlich jetzt nichts passieren. Eigentlich. Ich weiß es aber nicht. So. Äh. Gibt es noch irgendwas, was wir auf die... Also... ...A... ...Avning. Was soll denn A-Oning sein? Oh-Oning. Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Metall-Bet-Frame. Ist ja auch geil. Lolz. Was können wir noch? Gas-Can, Leather, Metall-Leitern. Geht aus Schwarz-Metal-Pipes. Richtig. Metal-Trussing haben wir auch. Also haben wir ja eigentlich noch ein bisschen was auf Tasche. Papier und Shape-Stick. Okay. Shape-Stick, Stick. Können wir mal stacken. Äh. Ja, würde ich sagen, da sie jetzt hier schon wieder die Tanke am wegkloppen sind. Würde ich sagen, äh, Suizid und wieder rüber zur Main-Bude. Ich weiß auch gar nicht. Schön. Ja, würde ich sagen, ähm, Respawn. Und dann würde ich immer einfach sagen, bis, äh, gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ähm, ja, da musste ich doch gerade mal meinen Kaffee über meine Tastatur verteilen. So, ähm, ich hab das aber weiterlaufen lassen, auch wenn man gerade gesehen hat, dass ich da auf, äh, Stopp gedrückt hab. Ich hab mich dann doch dazu entschieden, das ein bisschen weiterlaufen zu lassen, solange ich hier die Schweinerei mal weggemacht hab. Denn es würde ja, oder es ist ja völliger Blödsinn, ähm, hier dann zu warten und dann irgendwie doch die Nacht wieder zu überspringen. Beziehungsweise zu übersabbeln. Geht das so? Tatsächlich. So, und des Nachtens werden wir halt hier wieder ein bisschen craften. Und wir haben mittlerweile so viele Zombies wieder, dass meine Frames runtergedroppt sind auf 20. Na, also die haben sich mal locker lästig halbiert. So, jetzt muss ich jetzt mal selber gucken. Äh, auch da muss ich noch keinen Platz mehr haben. Dann nehmen wir die Kistrühle hier mal rein. Eine Pumpe brauch ich mal. Und hier Dingens. Haben wir da noch mehr von? Ayo, soll ich nicht haben? Ah, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn wir keine Shotgun-Stellten haben, dann sind wir irgendwie so ein bisschen ganz leicht angeschissen. Und am nächsten Tag, äh, werden wir auf jeden Fall mal auf die Suche gehen nach, äh, Stone. Genau, nach Stein. So, das Magazin brauchen wir auch. Und dann gehen wir mal once deeper. Und dann werden wir hier mal über das alte Klo. Wenn wir hier uns da unten mal um die Kameraden so ein bisschen kümmern, damit die Frames mal wieder ein bisschen aus dem Arsch kommen. So, so. Ah, Mann! Ich sollte mir noch hier irgendwie so eine, so eine Schießstände, so eine Art Schießstand brauchen. Aber den müsste ich dann ja auch irgendwie richtig sichern. Und das ist, eigentlich ist es so sinnlos, nachts hier auf die Zombies zu hämmern, weil, da tut sich sowieso nix. Äh, Spikes haben wir da, dann werden wir auch das Ganze nochmal fair spiken, ähm, vorne rum. Also, ich höre die Gang, ich hab eben ganz deutlich gehört, dass sie Dirt geprügelt haben, gefloppt haben. Ich weiß halt auch nicht, was mit dem Keller nebenan ist. Oh, nee, nicht runter. Hm. Also, es war eben ganz deutlich zu hören, dass sie da irgendwas Dirt-Technisches weggehauen haben. Ja, da, mit dem Loch, das ist halt so eine Sache. Ja, ich will hier auch nicht irgendwie vorgehen, weil, das Teil da vorne, das, mal ist es da, mal ist es weg. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich meine, ich könnte mal mit Metal Trussing, könnte ich mich hier hochbauen und dann, oh, mehr oder weniger mir so einen Schutz hier hinsetzen. Mal scheiß auf diese Rams. Hm, könnte man mal machen. Kann man mal ins Auge fassen. Also, hier hinten ist echt immer zombiefrei, ne? Weil die hängen scheinbar wirklich irgendwo allesamt fest. Die Kameraden, ja, guck mal da hinten. Da hängen sie schon wieder. Ich weiß nicht, ob man das auch einigermaßen bei YouTube erkennen kann. Aber ich sage euch, da hinten hängen sie fest. Das ist doch scheiße, sowas. Was soll denn das? Aber tiefer wollen die sich, können die sich auch irgendwie nicht buddeln. Können oder wollen, was weiß ich. Äh, wie geht's denn nicht schon wieder weiter? Irgendwo am Metal Trussing. Jetzt nicht mehr. Aber jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo der Zombie ist, aber der scheint irgendwie direkt unter uns gerade zu sein. Da ist schon wieder irgendwie so ein Screamer. Oh, die hasse ich wie die Pest, weil die mit ihrem Scheiß rumgebrüllen. Die gehen so auf den Zeiger. Das glaubt kein Mensch. Habe ich Metal Trussing? Nein, habe ich noch nicht in der Tasche. Nehmen wir jetzt aber eine Tasche. So, sechs Stück. Und dann nochmal die 64. Und dann werden wir das Ganze nochmal ein bisschen sicherer machen. So, drei hoch. Weiß ich jetzt ja, dank euch. Dank euch weiß ich ja, dass das Ganze drei hoch muss. Und das werden wir dann auch mal machen. Und dann müssten wir auch mal uns um, unten um Mine und so weiter kümmern. Aber wie gesagt, da traue ich mich zur Zeit noch nicht, weil... Weil die Jungs und Mädels ja, wie wir jetzt ja wissen, sich hier überall auch nach unten gebuddelt haben. Und was wir auch noch machen müssen, wir müssen noch ein, zwei Bäume mal fällen. Ja, Feuerachs habe ich dabei. Wir müssen noch mal ein, zwei Bäume fällen, weil... Warum habe ich gedacht? Ach ja. Wenn ich hier jetzt dieses, diese Wand weiter fortsetze, dann will ich möglichst viel Licht in die Angelegenheit bringen. Also auf die Wand. So, dass die Zombies da halt verlangsamt sind, verlangsamt werden. Wie auch immer. So wie der da. So? So? So?